In einer Pannensituation kann durch unseren Service 24-Stunden-Monteur ein Notrad montiert werden und in der Werkstatt dann ein neuer Reifen aufgezogen werden. Die meisten unserer Fahrzeuge haben unter der Motorhaube einen Fremdstartstützpunkt. Hier kann die Batterie überbrückt werden. Rauch kann mehrere Ursachen haben, zum Beispiel einen Ölverlust am Motor oder der Motor verliert Kühlmittel. Hier sollte auf jeden Fall schnellstmöglich eine Werkstatt aufgesucht werden. Hier sind mehrere Ursachen möglich, zum Beispiel eine entladene Batterie oder ein defekter Starter. Wende dich an den 24-Stunden-Service und dir wird schnellstmöglich weitergeholfen. Es gibt mehrere Warnleuchten im Display, zum Beispiel die Motor-Control-Leuchte. Leuchtet diese während der Fahrt auf, liegt ein Fehler im Motor-Management vor. Dieser Fehler sollte schnellstmöglich behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Warnleuchte. 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 Warnleuchte.